Kapitel 8 Spurlos verschwunden Timmy ist davon überzeugt, dass sie noch lebt. Wenn sie hier ist, werden wir sie finden. Dann gucken wir mal, ob wir Tekna finden. So. Und schon wieder so ein Drachen. Und Moment so. Mein Handy klingelt hier gerade. Ich schreib nur kurz, dass derjenige mich gleich zurücklufen soll. Das ist eh der letzte Part der Aufnahmesession. Morgen nehme ich dann Kapitel 9 und 10 auf in einem Part. Ja, und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass ein weiteres Wix Club Let's Play geplant ist. Das ist ein Game of Thrones Spiel. Ich weiß noch nicht wann. Aber es wird jedenfalls noch Sommer, spätestens Sommer kommen. Okay, SMS abgeschickt. Und hoffentlich ruft derjenige mich dann nicht so schnell zurück. So. Dann geht's jetzt weiter. Ich drück auf Start. So. Ich hoffe, ihr nehmt jetzt diese kurze Unterbrechung nicht allzu übel. Aber ich kann nichts ändern, wenn mir jemand, wenn mich jemand hier anruft, anrufen tut. Ui, viele Sterne hier. Das waren viele Sterne. So. Hier sind auch noch Sterne. Ich muss ja auch eigentlich weiter... Nein, muss ich nicht. Habt ihr das jetzt nicht gesehen? Funny like a rockstar, can I get the wet now? I swear to do anything that I have to... Schuldigung. Ach, der Drache war ja schnell dann. Ich meine Schuld. Was sind hier die nächsten Sterne? Was sind hier die nächsten Sterne? Was sind hier die nächsten Sterne? Oh, ich geh mit nochmal los. Ich geh mit nochmal los. Oder ich geh mit Menschen in mir. Ich geh mit mir drauf. Da wird's nicht hier, wäre weinig auf dem Bord. So wenn wenn man noch jemanden mehr will, nichts anderes. Ich geh mit. Ich geh mit. Ich geh mit. Ich geh mit. Ja, ich muss definitiv ein Chorokre-Video machen, mit Ohrenschmerzfunktionen, ha ha ha. Soll ich oder soll ich nicht? Wurde erst doch einfach Stella gekillt, ich mach mal lieber mit User weiter. Und so, tja, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Okay, alle Sterne. Und Portal. Keine Spur und ich war mir sicher, wir würden sie finden. Es scheint alles so hoffnungslos. Nein Mädels, ihr habt recht, wir müssen einfach weiter suchen. Episode 2 Omega Vielleicht hab ich mehr Glück mehr zu finden. Ich muss es einfach versuchen und Vertrauen haben, dass ich es schaffen kann. Mit dem du Blum Enchantix einsetzt, empfiehlst du ihr inwohnende Drachenessenz. Und kannst du jeden Gegner, aus dem sie trifft, den sie trifft, aus dem Weg räumen. Enchantix! Ja Blum, jetzt kannst du auch in Inchantix bleiben. Jetzt wolltest du nicht mehr, wenn du nicht als spielbarer Charakter rumfliegst. So. Gut. Oh, nicht du schon wieder. Ey, 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 ey. Ich bin nicht kuscheln. Ich bin gerade erst... Ich bin noch Single. Ich will jetzt noch nicht in eine weitere Beziehung. Ich will jetzt noch nicht in eine weitere Beziehung. Achso, stell dich hinten an. Ich such mir aber eine Beziehung jetzt selbst aus. Mhä, minst funkt im Funkt. Warte, jetzt darfst du auch noch ausgerechnet ein Song über Beziehungen. Woah, klasse Life, gohhh Wow, wow, wow Der kann solche Eisblätter dingsdingen Oh Gott, oh Gott Das ist ja noch Schemmer So Das, hier war jetzt unwichtig Aber wenn ich mal, dann meint das Spiel so Oh ich hab voll den nackt Ich glaube, ich habe den Nacken gerinkt. Was gerinkt? Warte ich. Oh, ein knacktes Kralle. Andere Sitzung. Oh, ich hätte aufpassen sollen. Du musst so fassen wie du. Ich will dich doch mal von vorne starten. Oh, da ist ein Herz, da ist ein Herz, da ist ein Herz, da ist ein Herz, 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 Herz. Oh, Sterne. 40 Sterne. Ich will nur noch 10. Hein he! Hu. 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 Fies fies fies. Und keine Herzen. Oh, nnnnnnnnnnnn. Nnnn, du. Du. Es ist hier sicher für mich? Nein, es ist nicht. Es ist dicht. Hu. Ha. Es ist jetzt sicher für mich? Scheint so 50 Sterne. Okay, 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 okay. Ganz allein gegen einen greifst du Käfer. Es ist wirklich alles andere als Spaß. Doch, wenn ich sie da so schwingen kann, ist es die Mühe wert. Tecna? Tecna! Du blickst. Oh, wie ich mich freue dich zu sehen. Blum, du hast mich gefunden. Ihr habt gedacht, ich sei... Nein, nein. Ich wurde nur hierher transportiert. Mir geht's gut. Mir fällt ein Stein von Herzen. Die anderen Mädels werden sich auch richtig freuen. Und übrigens, schickes Outfit. Wir haben Tecna gefunden. Episode 3 Omega Wenn die anderen Mädels da sind, wo du glaubst, kann ich sie ausfindig machen, Blum. Tecna das Enchanted-Zauber Firewall bildet einen Schutzmantel, der die Wings vor Geschossen und fein in Objekten bewahrt. Okay. So, aber ich denke nicht, dass ich das jetzt noch brauch. Ich glaube, ich habe jetzt gerade so viel Text übersprungen. Damit... Okay, wir müssen uns den Scanner stellen. Mit Tecna... Wow! That was close! The left was close! The left was close! So... Oh, Nödu! 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 Oh, gut! Sind hier noch Sterne? So! Blu, du bist nicht Tecna! Ah, verstehe! So... Oh na, wir sind in der Omega-Dimension. Wie schön, muss ich eigentlich erfrieren? Müssen die Wings nicht eigentlich auch erfrieren? Okay, bei Blumen kann ich das doch ver... Okay, bei Techno auch. Okay, das war jetzt Absicht. So. Hahaha, ausgeprägt. Ey, von der ist auch geflatzt. Und los! So verschwindet man keine Manas. Tja, wir kommen im Finale langsam näher. Tja, hätte nicht gedacht, dass ich das Spiel so schnell durchzucke. Hahaha. Ich hätte ehrlich gesagt mit 20 Parts gerechnet. Aber naja. Vielleicht hätte ich doch die Episode wieder einzeln machen sollen, aber dann hätte es auch wieder zu lange dauert. Okay, mir fehlen noch drei Sterne. So. Sind das da oben Freunde von uns? Ja, los zu ihnen! Dann können wir uns allgemein hier aus dem Staub machen. Episode 4 Omega Hier lang wir jetzt runter von diesem Eisblock. Du denkst, dieser Planet ist kalt? Dann warte erstmal, bis du eine Ladung von mir bekommen hast. Icy! Hast du mit... Hast du Mr. Soft Essens deinen Eiswagen erwartet? Du hast recht. Eigentlich sollten wir uns nicht mehr lundern. Mein angenehm Herrschaften wie dir über den Weg zu laufen. Was ihr erwarten solltet ist, dass ihr selber Teil dieser schönen Frostlandschaft hier sein werdet. Haha. Wir sind mächtiger, als du uns in Erinnerung hast, Icy. Lust. Dann wollen wir sie mal aufwärmen, Mädels. Oh ne, sie hat auch so ein Schild. Okay. Ohohoho. Na, so stark bis jetzt auch nicht, Icy. Huh. Wow. Huh. Haha. So. Okay, 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 okay. Huh. Wow, wow. Ihre Attacke ziehen aber ganz schön viel ab, du. Huh. Ich glaube, ich hab Hirnfrost. Soll ich dagegen nicht immun sein? Du hast Glück, denn wir sind in alle, Icy. Hab dir doch gesagt, dass wir jetzt mehr drauf haben. Hey Bloom, ist du richtig selbstsicher geworden? Sag mir mal, dass ich angefangen habe, einer kleinen Stimme in meinem inneren Aufmerksamkeit zu schenken. I can't believe I lost to a Ferris. Und hiermit ge- Oh, bla. Und mir, bla. Stimme, nicht verschwischen. Und hiermit, hört Kapitel 8 auf. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Beim Finale Kapitel 9 und 10 in einem Part. Win's Club und doppelt länger. los 5 0 ... line Wir